hallo und herzlich willkommen hier zurück zu assassin's creed 2 folge nummer 15 in der letzten folge haben wir lorenzo erneut vor den templern gerettet sind zurück hier nach monte dijoni und haben eine kleine da sieht man auch die schwerter trainings einlage mit unserem onkel gemacht haben ein bisschen in die stadt investiert und ja jetzt sollen wir die söldner von unserem onkel im hinterland treffen und machen jagd auf jacob poti patzi auf geht's ah mein gutes altes pferd hat ihr auf mich gewartet dass ich gestohlen habe so wir sehen ganz schön cool aus so da wären wir okay wir werden hier sehr gesucht hier ist wieder komplett unbekanntes gebiet na gut dann machen wir in dieser folge das assassinen grab und am mache ich wieder entdecke ich wieder auf camera die türme da müsst ihr euch das nicht ansehen und dann legen wir machen wir weiter aber zumindest machen wir jetzt das assassinen grab denn das ist immer spannend also finde ich ist das nicht sogar die stadt die wir von den patzi erobert hatten beziehungsweise wo wir biere getötet haben so wir steigen hier ab danke pferdi wir sehen uns dicki warte mal ist hier oben der stückbrief wieder so ein bödel so den habe ich jetzt gekillt einfach nur weil ich keinen bock hatte den wahrscheinlich muss ich den umbringen töten sie amts personen um bekanntheitsgrad zu verringern alles klar super wir sind wieder anonym auf zum assassinen grab jungen da bist du da durch danke mann er jede stadt hat irgendwie sein eigenes flair so ein bisschen ich habe auch gesehen auf youtube es gibt ähm shader für assassin's creed 2 wo man das spiel nochmal schöner aussehen lassen kann und andere farbpaletten und so aber das soll a sehr instabil sein und man kann damit save files kaputt machen und b warte mal wo war dann der eingang ja und ehrlich gesagt habe ich zu viel schiss den den spielstand zu zerstören so damit das spiel geiler aussieht ich finde es sieht auch so super aus also beschweren kann ich mich definitiv nicht aber mal schauen ich schaue mir das ganze mal an und teste das mal ja ich will nicht zu viel versprechen am ende denkt jetzt geht es los lassen wir sein was so war die ratten ach die guten alten ratten haaron liebe grüße so den tore großer infiltrieren und das darin versteckte assassinsiegel finden ok ok da oben sehe ich schon wieder wachen irgendwie auch komisch dass ich so schnell die assassinen gräber finde und mein vater und sein bruder irgendwie ihr leben lang gesucht haben und nicht eins gefunden haben und ich in so einer woche leute hier sind drei sei leise und lasst dich abstechen ich habe ihn aus den augen verloren der ist komplett gewastet schön den brustkorb zettbämmert scheiße ist das geil ok wir gucken erst mal wo wir hier lang müssen wir suchen es mal hier ich freue mich so sehr wenn der controller da ist leute ihr könnt es euch nicht vorstellen ich wollte eigentlich nur das erste oder die kante greift so ich glaube das ist wieder ein geheimer ja genau das ist wieder ein geheimer bereich denn wir brauchen jeden florin den wir kriegen können für stadt upgrades und die ganze scheiße und die wachen ok wir haben also mehrere stockwerke mit wach wir müssen oben ins zweite so jetzt probiere ich mal die neue gift klinge aus ist noch ein toter auf unserer wache sollte jemand was wissen sofort vortreten ein mörder läuft hier frei herum wir müssen den posten er kommt mir bekannt vor und da ist er auf ihn ok man kann die waren doch counter die axt will ich mal probieren ich kopf das stein an ich kopf das stein an na komm kleine hat da bloß stehen man wie das aussieht jetzt die spinne was willst du machen auch klettern okay das willst du was habe ich nicht kommen sehen der kann was der kleine praktikant fertig und der ist ganz cool angelehnt der typ und fasst sich an holt er sich einfach einen runter was ein krasser typ ich habe ihm gerade auch noch mal ein truppe für ihr wurde gebannt sexuelle inhalte das ist natürlich praktisch dass genau da wo ich hochklettern kann diese dinge in der wand sind ne oh shit den hat's komplett gewastet was haben wir denn da ein geheimer bereich wie kommen wir da hin ich denke einfach weiter hochklettern ja oder nein shit kommt man da hoch so ne ne oder komm jetzt so jawohl mach dich hier nicht zum affen du dödel wie kommt man da hoch ja dann aber ich erst mal medizin auch kommen machst du doch nicht so schwer so so vielleicht hm ne ja ja höre will dennet oh man es jo ich wollte dass du das seitlich tja wie kommt man da hin und muss über diesen über den balken dahin anders kommt man da nicht hin ich versuche es noch mal das ist jetzt noch mal hier so lang aber er will nicht hier greift er probier mal da geht es auch nicht hoch aber da hinten geht es vielleicht hoch sehr gut endlich aha alles klar ich hoffe das sind jetzt aber nicht nur 250 florien drin das wäre ich da so komplett gewastet die zeit oh na gut sei es wie es wolle mann alter was so was waren das für komplexe gebäude 1479 ja komm geht es doch runter bruder und was macht überhaupt ein bogenschütze hier wie weit soll der schießen ein mähler auch junge meine güte diese steuerung ich drücke sogar in die richtungen die er springen soll ich wollte so die wand hoch und so cool rechts hinschütze hier und so cool ich nehme ausgewickelt hello there vor der blick wieder und er zeigt auch wieder eine richtung danke dir brau manchmal ist das schon echt schwierig und so aber es macht so bock das könnt ihr euch nicht vorstellen sehr gut da sind wir drei von sechs haben wir jetzt schon geil da kletter ich erst mal auf den sarg so aufmachen cool siegel von way you wer du so wir sind jetzt auch schon bei 22 minuten circa dann machen wir jetzt auf schluss ich lasse es noch die cutscene ausspielen wie wir da raus kommen aber ich sag schon mal wie immer danke fürs zusehen und ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst doch wirklich bitte ein daumen da oder ein abo wenn ich es getan habe und ja danke auch fürs zusehen es bedeutet mir eine menge vielen vielen dank und tja macht's gut tja macht's gut tja